Heute haben wir ein Festival, bei dem wir Start-up-Ideen sehen, manche schon etwas fortgeschritten und wir wollen die bewerben. Und wenn die dann auch erfolgreich präsentiert worden sind, dann wird es dafür auch Preise geben, sodass die Arbeit sich in der Vorbereitung auf diesen Tag dann auch gelohnt hat. Ich glaube, es ist bei so einem Festival wichtig, dass die Studierenden auch im Grunde genommen lernen, vor anderen zu präsentieren und auch zu hören und sich den Fragen einer Jury zu stellen, die professionell ist. Wir wollten die Möglichkeit nutzen, hier zu pitchen, Feedback zu bekommen und uns zu vernetzen. Wir suchen mehr Beratung, wie wir das nachhaltig umsetzen können und Ideen. Also von daher geht raus, nutzt diese Chancen, die ihr habt. Ihr habt ein wahnsinnig tolles Netzwerk und baut an eurem eigenen Start-up. Und vielleicht sehen wir euch bald hier beim SHH Grenke Festival in Berlin.